Hallo und willkommen zum neuen Fortnite Shop. Heute am Donnerstag, den 9. November. Wir gehen gleich mal rüber in den Items Shop. Ihr seht schon, was ich ausgerüstet habe. Der ist nämlich heute im Shop drin. Das Paket hier in Ferna mit der Zündelkugel, der rotglühenden Rache. Dann haben wir den feurigen Abstieg als Gleiter. Und natürlich noch die Lackierung. Ganz nett. Und zwar kostet das Bundle 2.2, nicht so wie bei mir 3.3, weil ich habe da schon lange Sodele. Hier natürlich dann alles nochmal einzeln. Nee, gar nicht wahr. Nur der Skin ist hier noch einzeln. Okay, dachte die anderen Sachen auch. Aber nein, nur der Skin. Das Bundle kostet dann 1.5, das ist korrekt. Dann haben wir natürlich Goddard. Ist nach 6 Tagen wieder zurück. Dann haben wir auch Rolly. Ist nach 32 Tagen zurück. Macht den Gritty. Nach 37 Tagen. Dann haben wir ja My World. Ein Partner-Emoot. Ist nach 32 Tagen zurück. Und hier haben wir die Birdie mal wieder. Die ist nach 11 Tagen zurück. Die war ja letztes Mal gerade im Shop gewesen. Und da gab es den Golfschläger nicht dazu. Heute ist er aber mit dabei. Zeig dir mal ordentlich an hier. So, das ist der zweite Stil. Und dann haben wir hier heute auch den Golfschläger dabei. Die ist danach 59 Tagen zurück. Ja, das war es dann mit dem super kurzen Shop, den wir im Moment haben. Ja, aber wir überstehen den Monat. Ich denke ab nächsten Monat, wenn die neue Season, das neue Chapter startet, dass wir dann wieder einen ganz normalen Shop haben. Hallo, ich nochmal. Und zwar reiche ich kurz noch nach von dem Shop. Weil im Shop sehen wir das ja alles nicht bei Fortnite. Ich bin jetzt mal hier beim Equipack Launcher drin und wollte euch jetzt hier zeigen, was da noch so Neues dabei ist. Es gibt nämlich hier unten jetzt ein unendlicher Driftpaket. Das ist neu drin. Das kann man sich holen. Da kann man hier auch sehen, was da alles breit ist. Spitzhacke, Rückenaccessoire und so weiter und so fort. Ist hier ein bisschen schwer erkennbar. Ja, die Hacken sieht man hier. Die kostet aber auch 17,25 Euro. Also ist schon nicht so günstig. Dann gucken wir mal, was es noch gibt. Da gibt es nämlich noch diesen anderen auch noch. Gerade gucken, wo ich den finde. Machen wir mal mehr anzeigen. So, das ist nämlich hier oben. Inferno Auftragspaket ist auch reingekommen mit 1.500 V-Bucks. Kostet 13,79 Euro. Kann man sich also auch holen. Outfit Inferno, Spitzhacke, Lissense, Brandspur. Ja, das ist dann der männliche Part gegen den Inferno, der heute im Shop ist. Falls euch das noch interessiert und ihr euch das noch holen wollt, hier mal kurz, knackig, schnell mal nachgeholt. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Abend oder eine schöne gute Nacht noch. Einen guten Start in den Donnerstag. Habt einen tollen Tag. Und wir sehen uns dann am Freitagmorgen wieder. Mahalo, eure Sam. Und wir sehen uns dann am Freitagmorgen. Und wir sehen uns dann am Freitagmorgen wieder. Vielen Dank.